Dieses zu erwerbende Sechszimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis Stade. Dieses Haus wurde im Jahr 1980 erbaut und 2013 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über zwei Parkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 720 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 217 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 349.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.